Ratten Man hört, es soll auch nette Ratten geben. Doch meistens kann man nur die fetten Satten sehen. Die Hungrigen, die wollen sich nicht zeigen. Im Schatten tanzen sie dann ihren Reigen. Sie fressen gierig alles, was sie kriegen. Denn sei vorsichtig und lasse ja nichts liegen. Gibst du nicht Acht, dann ist dein Ende fürchterlich. Bevor du es merkst, da fressen sie auch dich. Drum achte immer auf die Schatten. Glaub mir, es gibt sie nicht, die netten Ratten. Ich habe die Schatten.